Hallo zusammen, ich bin Masha. Ich bin jetzt 21 und seit Juli 2019 bei Switch Praktikantin. Ich arbeite im MAPS-Team, also für Managed Applications, Software and Services. Wir sind verantwortlich für interne Netzwerke, interne und externe Weblösungen, Hardware- und Betriebssystemverwaltung. Ich studiere PIPs Informatik an der FFHS. Das ist ein praxisintegriertes Fernstudium. Das Studienmodell selber nennt sich Blended Learning Model. Es ist grundsätzlich so aufgeteilt, dass man 40% im Unternehmen verbringt, 20% hat man Präsenzunterricht und 40% ist ein Selbststudium. Ich habe jetzt zwar keine Basislehrjahre gemacht, das wird bei vielen anderen PIPs-Studenten gemacht, aber für mich ist jetzt in dem ersten Jahr trotzdem der Unistoff Priorität gewesen. Das Besondere am PIPs ist, dass man während des Studiums Berufserfahrung sammeln kann und man ist natürlich auf der Arbeit eigentlich von einem Experten-Team umgegangen. Und eines der Hauptherausforderungen für mich war, dass ich sehr viel an meiner Selbstdisziplin arbeiten musste. Und zwar habe ich mir mittlerweile angefangen, einen Studienplan bzw. einen Lernplan zu machen, damit ich einfach durch alte Stoffe durchkomme und on track bleibe. Konkret ist es bei mir so, dass ich 50% bei Switch angestellt bin. Ich arbeite grundsätzlich das ganze Jahr, kann aber ein bisschen flexibel sein. Und zwar so, dass ich zum Beispiel während der Prüfungsphase meinen ganzen Fokus auf die Uni legen kann und sonst zum Beispiel während der Semesterferien wieder ein bisschen mehr arbeite. Ich bin komplett ohne Berufserfahrung in das eingestiegen. Ich habe 2017 Matur gemacht und bin dann zuerst mal reisen und vielleicht auch jetzt herausfinden, was ich überhaupt machen will. Ich hatte dann eine Landwirtschaftslehrstelle und bin dann einfach als Hobby auf das Programmieren gekommen und habe mich dann entschieden, Informatik zu studieren, weil ich einfach gemerkt habe, dass eine ganze Welt unentdeckt vor mir liegt. Switch ist, wie gesagt, mein erster richtiger Arbeitsgeber. Und ich bin natürlich schon ein bisschen unsicher gewesen, wie das wird, so als junge, unerfahrene Query-Einsteigerin. Aber meine Bedenken haben sich eigentlich sehr schnell wieder gelegt. Also ich bin sehr herzlich im Team aufgenommen worden. Alle Switches begegnen mir offen und auch sehr herzlich. Und es sind alle sehr unterstützend. Einer von meinen persönlichen Prinzipien ist Surround yourself with the people who bring out the best in you. Und bei Switch ist das eindeutig so für mich. Wir haben bei Switch eine ziemliche Vielfalt an Leuten. Wir sind ziemlich international. Wir haben Leute aus allen Alters- und Erfahrungsgruppen. Aber alle teilen sich an Motivation dafür, neue Projekte aufzubauen, sich selber und andere zu unterstützen bei der eigenen Weiterentwicklung. Und auch natürlich das Beste für die Community an Dienstleistungen zu bieten. Auch die Weiterbildungsmöglichkeiten sind super. Und sobald ich ein bisschen mehr Selbstbewusstsein gefasst habe, würde ich mich freuen, auch an externen Kursen oder Workshops teilzunehmen. Und vielleicht nachher auch selber etwas einzubringen. Wie es für mich in der Zukunft weitergeht, habe ich selber noch nicht festgelegt. Ich bin jetzt am Ende von meinem zweiten Semester, seit knapp einem Jahr in diesem Team und bei Switch. Und ich habe erst jetzt langsam das Gefühl, dass ich einen Überblick über die Basis-Thematiken der Informatik habe. Ich freue mich aber auf jeden Fall darauf, weiterzulernen und mehr Verantwortung auf der Arbeit übernehmen zu können. Und dann auch die anderen Bereiche in Switch kennenzulernen. Das ist nämlich auch ein grosser Grund gewesen für mich, warum Switch die erste Wahl für mich gewesen ist. Damit ich als Quare-Einsteigerin herausfinden kann, was mag ich und was liegt mir.